Herzlich willkommen im Kindergarten Röntgenstraße. Mein Name ist Christine Schenk, ich bin die Leiterin und führe Sie nun durch die Räume unserer Einrichtung. Einzigartig ist unser Kindergarten durch seine familiäre Größe. Auf zwei Stockwerke verteilt arbeiten eine Krippengruppe und eine Kindergartengruppe Hand in Hand. Wir starten mit der Zwergengruppe im Erdgeschoss. Hier werden Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren betreut. In den Krippenräumen findet neben dem Morgenkreis und gezielten Angeboten auch das Freispiel in unterschiedlichen Bildungs- und Funktionsbereichen statt. Nebenan steht ein Schlafraum für unsere Jüngsten bereit. Gegenüber im Sanitärbereich gibt es neben den Toiletten und Waschbecken auch Wickelmöglichkeiten für die Krippenkinder. In der Krippenküche wird täglich gemeinsam gegessen. Sie wird aber auch für gezielte Kreativangebote genutzt. Nun geht es in die obere Etage in den Kindergartenbereich. Der Garderobenbereich bietet Platz für den Morgenkreis und gemeinsame Aktivitäten. Daneben entfalten sich drei- bis sechsjährige Kinder der Tausendfüßlergruppe in ihren Räumlichkeiten. Im Puppen- und Rollenspielbereich schlüpfen sie beispielsweise in andere Rollen und auch in der Leseecke und im Konstruktionsbereich erweitern sie fortlaufend ihre Fähigkeiten. Im Kreativbereich sind die Kinder beim Malen, Basteln, Schneiden und Kleben künstlerisch tätig. Neben Freispielaktivitäten finden hier auch gezielte Angebote statt. Gegenüber laden die Räumlichkeiten der Spielinsel zu weiteren Freispielmöglichkeiten ein. Im Sanitärbereich lernen die Kinder die tägliche Hygiene kennen und selbstständig anzuwenden. Die Küche nutzen wir für den alltäglichen Gebrauch. Der Multifunktionsraum im Untergeschoss bietet Platz für Bewegung und für Intensivgruppenarbeit. Unser städtischer Kindergarten Röntgenstraße liegt im Stadtteil Oeringen-Süd. Engen Kontakt pflegen wir zur nahegelegenen Hungerfeldschule. Das Kind und seine Bedürfnisse stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir begleiten es in seiner ganzheitlichen Entwicklung zur Selbstständigkeit. Da unsere Einrichtung am Stadtrand liegt, ermöglicht die direkte Umgebung viele Naturerlebnisse. Unser Garten bietet mit seinen vielseitigen Spielgeräten viel Platz und Möglichkeiten zum ausgiebigen Bewegen, Toben und Spielen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Gesamtüberblick verschaffen. Und freue mich, Sie und Ihr Kind bald persönlich kennenzulernen. Tschüss! Tschüss!